Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgaming TV's Video und herzlich willkommen zum ersten FIFA 15 Ultimate Team Let's Play. Ja, ich starte jetzt eine neue Serie, nämlich eine normale FIFA 15 Ultimate Team Serie. Da werde ich mit verschiedenen Teams spielen, die ich mir selber zusammenstelle, wie jetzt zum Beispiel das Team. Das habe ich um Messi gebaut, weil wir ihn ja für 5 Spiele als Leichtspieler haben, weil wir ja diese Ultimate Team Edition gekauft haben bei Amazon. Und ja, es ist eine normale FIFA 15 Ultimate Team Serie, wo ich versuche von Liga 10 in Liga 1 zu kommen. Wird zwar lange dauern, aber ich werde wahrscheinlich auch nicht alle Spiele zeigen, ein paar schon, weil ich auch andere Serien starte. Da muss ich vielleicht auch in der Liga spielen oder vielleicht auch einfach online Einzelspiel. Ich weiß noch nicht, hier habt ihr jetzt im Hintergrund das Team gesehen. Wir machen normalerweise so zwei Spiele, die werde ich halt zusammenschneiden, so wie das jetzt hier und nachkommentieren. Weil ich finde, so ein ganzes Spiel hochzuladen, finde ich ein bisschen langweilig. Manchmal wird vielleicht auch nur ein Spiel kommen, wenn ich nicht so viel Zeit habe oder so. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist also unser erstes Spiel hier und unser erster Gegner hat ein Hybrid von Liga 1 und Liga BBVA, glaube ich. Und Barclays Premier League, genau. Drei Ligen Hybrid. Und ja, wir starten einfach mal in das erste Spiel. Also das erste Spiel hier, Let's Play Ultimate Team, FIFA 15 Ultimate Team. Jetzt kommt in der ersten, äh, in der zwölften Minute unser Gegner. Wir können den Ball abfangen und da schicken wir gleich mal Lionel Messi und der muss ihn einfach reinmachen, aber macht ihn nicht rein. Riesa Möglichkeit in der vierzehnten Spielminute durch Lionel Messi, aber ja, er macht auch nicht alle Chancen. Ekber kommt rein, da hinten ist einer, aber Mandana, der gegnerische Torwart, hat den Ball sicher. Nächste Szene wieder über Lionel Messi, immer wieder über Messi, der ist einfach ein überragender Spieler. Messi mit einer Schuss, finde ich richtig stark gemacht, mit den Schlenzer an den Pfosten und Topal, der ZDM von uns, der türkische ZDM, haut den Ball ans leeren Tor vorbei. Naja, wir schreiben die 31. Spielminute. Piatti kratzt ihn hier nochmal von außen, hier jetzt wieder auf Topal, der bringt die Flanke Messi mit in den Kopf und der geht ganz knapp am Tor vorbei. Aber der Schiedsrichter angezeigt, es gibt noch einen Eckball und die Standardsituation tritt natürlich auch. Lionel Messi bringt die rein, Bruno Alves ist da aber auf der Linie geklärt. Topal mit einem Nachschuss, aber ja, danach kann der Gegner die Situation klären und danach ist auch nichts mehr in der ersten Halster passiert. Wir haben 11 Schüsse, nur eine Aufszone steht 0 zu 0. Naja, was soll es, unsere Chancen auswärtigen, also nicht so gut. Wir springen an in die zweite Hälfte, 52 Minuten, kommen wir wieder über Lionel Messi, der ist einfach nur überragend, geht hier vorbei, den muss er einfach rein machen. Aber Mandana hält ihn richtig stark, nicht platziert, der Schuss von Messi, aber naja, nächste Szene, Perez auf Messi. Wieder Messi mit einer Schuss, finde Messi mit dem Schuss. 93 Schuss hat der Typ und ja, da habe ich langsam angefangen zu verzweifeln. Messi hier, wieder Messi, keine Minute später, Messi, den muss er rein machen, aber da klärt einer vor der Linie. Ich habe es echt nicht geglaubt, wie viele Chancen ich da brauche, um den Tor zu machen. Also steht immer noch 0 zu 0, wieder Messi, wieder Messi, immer Messi, immer Messi. Und diesmal fehlen nur Millimeter zum 1 zu 0 Erfolg. Jetzt sind wir zu einer 82. Minute hier, schön abgefangen. Und den muss Messi einfach rein machen, aber macht ihn wieder nicht rein. Er hat verflixt nochmal 93 Schuss, aber naja. In der Schlussfahrt zur 90. Minute kommen wir nochmal über Piatti, unser linker Flügel, spielt den Ball wieder auf Messi, der mit dem Schuss. Mandana lässt ihn, keine Ahnung, wie er prallen. Muss eigentlich festhalten, Messi mit der letzten Chance. Und er macht ihn auch nicht rein. Oh Mann ey, das war echt ein Spiel, keine Ahnung. Hätten wir noch in der 90. das 0-1 reinbekommen, wäre glaube ich mal ein Controller kaputt gegangen. Unglaublich, der Gegner hatte keine Chance. Und Messi hatte ungefähr 100. Und er hat 93 Schüsse und haut keinen Ball davon rein. Naja, was sollst du machen? Wie viele Münzen bekommen wir? 651 Münzen, weil ich noch so ein Boost habe. 19 Schüsse, 3 aufs Tor. Oh Mann. Naja, damit müssen wir auch leben. Erste Spiel in der Liga 10. Also, da werden wahrscheinlich noch gute Gegner sein, weil 54 Jahre noch nicht allzu lange draußen ist. Deswegen sind da auch noch wahrscheinlich gute Gegner. Naja, wir starten leider nur mit einem Unentschieden in die erste Partie. Hier sieht man mal das Team im Überleg. Jetzt haben wir nur noch vier Spiele, Messi. Wie gesagt, insgesamt fünf, jetzt nur noch vier. Ich habe hier irgendwie so eine klassische Trikot Deutschland, klassische Trikot und von Athletic Madrid auch das klassische Trikot. Ja, ich werde mir so in der dritten oder vierten Folge, habe ich mir glaube ich neue Trikot zu kaufen, weil ich weiß auch nicht. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Hier ist unser nächster Gegner. Ein Full-Serie-Arteam mit Ibarbo und Sau vorne. Also, richtig schnelle Stürme. Da müssen wir aufpassen. Aber wir wollen das Spiel natürlich, das zweite Spiel für uns entscheiden. Wir springen rein. In die erste Szene haben wir natürlich in der sechsten Minute schön zu haben gespielt. Perez mit der Schussfunde leitet weiter auf Messi. Messi ist schon wieder durch, aber macht ihn natürlich nicht wieder rein. Ja, abgehakt, 20. Minute, Perez, Messi. Messi mit dem schwachen Fuß. Und natürlich macht er ihn dann rein. Natürlich macht er ihn nicht mit dem starken rein, aber wenn er mal mit dem rechten Fuß schießt, macht er ihn rein. Drei Sterne bei schwacher Fuß, aber naja, muss ich nicht allzu viel sagen, aber Tor ist Tor. Wir führen den Auswerten mit 1 zu 0 durch Leone. Messi hat jetzt endlich mal geknippt für uns. Jetzt kommt mal unser Gegner hier über der Rossi, der auf Viktor Ibarbo mit dem Schuss an die Latte. Da haben wir richtig viel Glück gehabt. Und der anschließende Kopfball gegen er über das Tor. Also, das muss Leere nochmal im Kasten Glück gehabt. Und wir insgesamt ja auch Latte, Aluminium für unseren Gegner. Jetzt kommen wir in der 33. wieder über Messi mit dem Schoppen. Messi macht das stark. Messi mit dem Schuss, aber stark gehalten von seinem Gegner. Ich weiß gar nicht, wie er ein Tor macht. Ich hätte keine Ahnung, wie er dann ein Tor hat. Messi nochmal mit dem Schuss, aber wieder Glanzparade von seinem Gegner. Ich hoffe, das ist keine Ahnung, wer das ist. Da habe ich nicht aufgepasst, als sein Team kam am Anfang. Eckball kommt rein und der Gegner kann ihn klären. Aber Messi kommt dann nochmal angesprintet und wieder ist der Keeper von ihm da und hält den Ball. Aber wir bekommen wieder einen Eckball. Messi bringt die Ecke natürlich wieder nach innen. Da hinten ist Zuzeta, aber wieder ist sein Torwart da und klärt den Ball. Weil danach das nächste Mal passiert in der ersten Hälfte. Wir führen 1 zu 0, haben wieder mehr Schüsse und mehr Ballsitz. Führung geht in Ordnung. Wir springen in die zweite Hälfte, 58. Minute. Zuzeta, oder wie er ausgesprochen wird, über die Flüge bringt die Flanke nach innen. Messi kommt da nicht ran. Und der Gegner hat den Ball ab. Pérez fängt den Ball ab und haut den Ball unter die Querlatte zum 0 zu 2 in der 59. Spielminute. Enzo Pérez, unser ZM, macht das 2 zu 0. Nächstes sehen wir wieder über Leone Messi. Werde da geschickt, Messi muss ihn reinmachen und den macht er auch rein. Eiskalt hier jetzt mal endlich mal in der 72. Spielminute. Leone Messi mit dem Cristiano Ronaldo Jubel. Oh Mann. Ja, endlich mal geknipst hier. Endlich mal Chance auf Werte. Richtig gut. Unser Gegner kommt jetzt nochmal in der Schlussfahrt. Hat natürlich auch sehr offensichtlich gestellt. Hat man hier gesehen mit Frank Lampard. Anschlussstreffer, Ehrentreffer, wie man das auch nennen will. In der 80. Minute zum 1 zu 3. In den letzten 10 Minuten des Spiels ist nichts mehr passiert. Wir gewinnen also das zweite Saisonspiel mit 3 zu 1. Endlich gewonnen. Das kann so weitergehen. Mit Leone Messi haben wir jetzt noch 3 Spiele, glaube ich. Ja, 3 Spiele. 2 haben wir schon hinter uns. Und ja, Tore haben Messi, Perez und Messi gemacht für ihn. Hat in der 80. Minute Lampard getroffen. Mal sehen, was die Statistiken so sagen. Spieler des Spiels wird wahrscheinlich Messi sein. Oder nee. Perez 9,5. Messi 9,4. Haben wir natürlich wieder Münzen bekommen. Wegen dem Münzenbus haben wir noch 200 Münzen drauf. Haben jetzt 4 Punkte in der Liga. Und ja, das war es von diesem ersten Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch diese Serie gefällt. Also lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn das Feedback gut ist, dann werde ich die Serie echt lange weitermachen. Also heute rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.